Musik Moisen herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Apotheon Die haben sich ja gerade alle gegenseitig zerschnetzelt Die ganzen nackten Penis Leute Und ich habe ein Objective erledigt Ich habe die Weinflaschen kaputt gemacht Und sie haben sich alle gegenseitig Der Weinzerstörung bezichtigt Und haben sich gegenseitig abgemurkst Herrlich Ich habe Zwietracht gesät So Das kann man ja auch mal speichern Wenn wir gerade schon so dabei sind Im Flow Ist das da eine Ranke an die ich ranspringen kann? Moment Nee Nee, nee, geht nicht Ach guck mal, da will Ja, ja Party, ne Party, Party Klar bin ich in letzter Zeit Ich bin auf vielen Partys gewesen Ah, ah, was ist das denn? Ha Ha Ja Oh, ein Pelz Okay, ein Boot Engling Angeln Da will einer angeln Ich gehe mal schwimmen Ein Kaninchen Ein Kaninchen Stirb Stopp Stopp Verdammt Es ist zu schnell Ha So nicht Ha Hö, was ist denn da los? Habt ihr es gesehen? Ha In diesem Wald sind noch alle verrückt geworden Ha Ha Stirb genau Alter Ah Ich steche euch in den Arsch Und dann sterbt ihr sofort Ah Au Einfach Ah 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 Schnell die Pelze aufsammeln Ah Nein Nein Der Dings ist kaputt Aua 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 Jetzt bleibt doch mal Oh Ich mache meine ganzen Waffen wegen dir kaputt Verdammter Hund Oh Er Er ist friedlich Er jagt Eichhörnchen Und ich kann seine Pfeile mitnehmen Das ist natürlich gut Da kann ich nicht rein So Was können wir denn hier noch machen? Was können wir denn hier noch machen? Nach rechts müssen wir gehen Nach rechts müssen wir gehen Ich habe keine Panzerung mehr Moment mal Oh Ich habe auch kein Repair-Kit mehr Die habe ich ja alle schon verschwendet Ich Idiot Ach Nackte Nymphen wieder Hä Ich muss hier nach oben Oder was? Wie soll ich das denn anstellen? Ich kann doch nicht fliegen Oder? Ah Was soll das denn hier? Fang mich doch Ha Kann ich da nicht ran An die Dinger da oben? Irgendwie muss ich klettern Das weiß ich Oder Ah ne Ich kann einfach Nach rechts muss ich Okay Ich muss hier nach rechts Vielleicht da rein Jetzt wird es wieder ein bisschen gruselig Oh doch nicht Ah Was? Wer bist du denn? Ah 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 Oh nein 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 Ah Ah Scheiße Ah Nein Ah Schnell hoch Ah Boah Oh Gott 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 Ein wildes Tier Ah 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 Scheiße Wo bist du Ah 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 Autsch Ah Nein Unfair Ah 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 Heilen Uh Ah 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 Oh Oh Ah Wenn er so ansetzt zum Sprung Muss ich ihn eigentlich kriegen Gott Gott Ah Ah nein 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 So nicht So nicht Ja Verklitsch dich doch Komm hoch Komm hoch du Socke Ja was machst du denn da Ah Das war schlecht Das war auch schlecht Das ist noch schlechter Gott Nicht sterben jetzt Ah Und heilen 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 Nochmal komm Noch einen Ah Jetzt bleib doch mal Halt doch mal still Du bist So ein kleines Fieses Schweinchen Das sich immer bewegt Und dass man so schlecht Treffen kann Oh Mann Spring halt mal hoch Dann mach ich dich platt Oh Gott Na nun Wird's denn gehen Ach er ist aber auch so langsam Aua Aber der heilt sich auch irgendwie nicht Der ist doof Wo ist er denn jetzt hin Haust du mal nicht an Läufst du mal nicht weg Hallo Stell dich Stell dich doch Ah ne Ah Jetzt kommt hier das ganze Gegröße auch noch auf mich zu Ey Hier Bogenschütze Kannst du mir mal helfen Da ist er doch Komm her Boah Boah Das war knapp Ah shit Das mach ich dich platt Oh ich hab keine Heiltränke mehr Shit Feige Sau läuft weg Ja schieß ihn ab Genau Nice Wunderbar Töte ihn Mann das gibt's doch nicht hier Gibt's doch einfach nicht Jetzt hab ich's hier mit wilden Bestien zu tun Die Höhle der Bestie Ah Wo kommt ihr denn auf einmal her Ich hab euch doch schon alle platt gemacht Hier Ihr Ihr Hunde Ihr Räudigen Ah nach oben jetzt Ah Gut Enter the Swamp Ne das will ich eigentlich gar nicht Aua Den hat's grad voll zerlegt Uah 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 Falschaden Ich hab Falschaden gekriegt Gott Scheiße Ah 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 Oh nein Oh nein Oh nein Ich hab einen Lebenspunkt Ach du Scheiße 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 Kann mich mal einer heilen bitte Ah ich heil mich selbst Okay Selbstheilung. Das ist ja wie bei Call of Duty hier. Äh, Moment. Moment, Moment, Moment. C. Nein. Ich kann mich nicht heilen. Du do not have the ingredients. Shit. Okay, Moment. Ist das ein Heilschrein da? Travel. Ne, travel will ich nicht. Huch. Okay, jetzt habe ich aber wieder 50%. Und der Wolf, der ist schon fast am Ende. Im Prinzip, wenn ich mich jetzt clever anstelle, kann ich ihn eigentlich schnupfen. Ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen. Ach, guckt mal. Moment mal. Ah, 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 ah. Pflanzen, pflanzen, heilpflanzen. Ja. 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 Moment, Moment, Moment. Die vier. Okay. Ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Und mein Schwert ist fast kaputt. Jetzt schmache ich mir den... Jetzt hole ich mir den Wolf. Jetzt ziehe ich ihm das Fell über die Ohren. Dem alten Wolf. Komm halt her. Au. So nicht. Yes, Baby. Yes. Flieg und Sieg. Ha, 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 ha. Uah. Au. Der Scheiß Bogenschützer hat mich getroffen. Ah, au. Schnell heilen. Weg. Weg. Mann, Mann, Mann. Ein Stress hier. So, jetzt muss ich nach links unten. Ja, da hinten war eine. Ich habe eine Nymphe gesehen. Ich kann mich nur gerade nicht um die Freuden dieses Gartens kümmern. Ich muss hier Viehzeug ausrotten. Nach unten. Das ist schon eine illustre Veranstaltung hier. So. Runter. Und. Runter. Und. Weiter runter. Ja, schieß mich ab. Genau. Schieß mich ab. Schieß mich ab. Mit deinem Bogen. Hä, wie weit runter muss ich denn da noch? Das verstehe ich jetzt nicht. Ah. Ach, da. Hä? Ach so. Ah. Da brauche ich wieder das griechische Feuer. Moment, 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 Moment. Nee. Ach, komm, nehmen wir mal. Nee. Minen nicht. Moment. Ja, genau so. Haha. Gewusst wie. Ah. Schnell. Ah, nein. Das ist wieder so ein Werfer. Oh, shit. Scheiße. Ah. Ah. Schnell erst mal heilen. Ah. Oh. Oh, der ist fast platt. Oh, nein. Ich haue auch gleich. Jetzt stirbt doch. Ich sehe gar nichts. Boah. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Heilen, heilen, heilen. Ah, nein. No Hells Nectars. Was? Jetzt aber. Jetzt aber hier. Puh. Großer Gott. Moment. Stop, 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 stop. Habe ich mein Messerchen wieder? Enter the Swamp. Na, dann machen wir das mal, ne? Die Vieh, die Chimera. Moment. Chimera war doch so, so ein griechisches Monster. So, so ein Monstervieh. Ich erinnere mich dunkel. Oh, tote Nymphen. Ist natürlich nicht so cool. Sprengen wir uns mal hier durch. Haben wir schon ein griechisches Feuer, dann sollten wir es auch nutzen. Boah. Ah. Geh weg. Halt. Dein Pelz will ich noch haben. Ah. Jawohl. So geht das nämlich. Ich höre irgendjemanden rumhacken. Moment. Machen wir mal etwas griechisches Feuer noch. Und sprengen wir uns mal durch diese Ranke. Ah. 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 Schweinchen. Komm her. Jetzt den anderen. Ah. Halt den Pelz noch. Ja. Verglitsch dich. Genau. Nein. Ha. Spring ins. Genau. Spring in mein Schwert rein. Ist natürlich nice. 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 Ach. Hier kommt man auch nicht durch. Mist. Ich muss aber da durch. Habe ich nicht noch griechisches Feuer? Ne. Ich habe aber noch diese Minen. Die Frage ist, kann ich diese Minen auslösen aus der Entfernung? Moment. Das probieren wir mal gleich. Ja. Toll. Ganz toll. Die fallen runter. Moment. Das muss doch gehen. Jawohl. Okay. Und jetzt mit dem Bogen vielleicht draufschießen. Moment. Moment. Hä? Ach so. Ich kann die Dinger. Ach. Das hätte man mir auch mal früher sagen können. Dass ich die einfach zerschießen kann. Hätte ich mir diese ganze Mühe mit dem griechischen Feuer gar nicht machen müssen. Jawohl. Super. Jetzt habe ich auch mal wieder Panzerung hier. Sehr schön. Sehr schön. Ah. 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 Nein. Wieso habe ich jetzt diesen Spieß? Spieß dich auf. Bitte. So. Ah. Der Spieß ist irgendwie doof. Irgendwie. Ach. Scheiße. Ich habe auch nur. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts anderes mehr. Das kann ja heiter werden. Der Spieß ist auch fast kaputt. Lol. Ach so. Oh nein. Nicht so ein Typ schon wieder. Ich dreh durch. Ah. Okay. Ich würde sagen. Ah. Ich lasse euch einfach da rumhüpfen unten und gehe einfach weiter. Obwohl. Ne. Der Satz mit X ist wohl nix. Okay. Shit ey. Ich brauche glaube ich echt bald wieder eine neue Waffe. Das ist ein Labyrinth hier. Ah. Ah. Schon wieder so ein Typ. Ah. Oh nein. 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 Ja. Wirf mich rüber. Nein. Wirf mich doch da rüber auf die andere Seite. Mano. Oh Gott. Ah. Nein. 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 Schnell weg. Spring. Ich lasse die Typen einfach stehen jetzt. Was? Boulder? Hä? Was soll ich denn damit? Den Typen auf den Kopf werfen? Den Stein oder was? Was ist er denn jetzt? Ist er weg. Hä? Okay. Hier gibt es nichts. Offensichtlich. Ich muss nach rechts. Nach rechts oben. Wo bin ich? Ich sehe mich gerade gar nicht. Was? Was? Nein. Was ist das denn hier unten? Ah. 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 Ah nein. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Abtauchen. Nein. Ich bin ein Heldentod gestorben. Guckt mal. Da blut ich und bin in meine Einzelteile zerlegt. Ich würde sagen, das machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Bis zur nächsten Folge, Apotio. Bis dann. Ciao, ciao. Gott. Ich bin ein Heldentod. 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 Vielen Dank.